Heute spielen wir Gitter 5, aber wir öffnen Lucky Blocks. Wow! Und jedes Mal, wenn wir einen Lucky Block abschießen, kann etwas Positives passieren. Oh! Oder etwas Negatives. Oh Mann! Aber um den ersten Lucky Block zu öffnen, brauche ich eure Hilfe. Deswegen, Leute, verprügelt mal den Like-Button in 3, 2, 1 und... Wow, Leute! Einfach mal einen Lucky Block gespawnt. Oh mein Gott, ey. Okay. Oh mein Gott, wollen wir den mal abschießen oder lieber nicht? Ich meine, der sieht mir schon ein bisschen gefährlich aus. Ich weiß ja nicht, was da alles rauskommen kann. Deswegen, komm, wir nehmen mal ein bisschen Abstand und wehnen mal hier eine Pistole aus. Und jetzt, komm, wir schießen mal drauf. Und oh! Was? Wie im Gefühl, jede Waffe in Gitter 5. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal rüberlaufen, haben wir jede Waffe, die es in Gitter 5 gibt. Deswegen, komm, einmal hier rüberlaufen. Sehr, sehr gut. Leute, ey, ich liebe diese Lucky Blocks. Die sind mega cool. Oh! Einfach ein volles Waffenrad, ey. Besser geht's einfach nicht. Okay, das war für den Anfang auch nicht schlecht. Aber jetzt brauche ich leider nochmal eure Hilfe. Jetzt drückt mal auf den Abo-Button und zwar in 3, 2, 1 und wow! Schon wieder ein Lucky Block einmal vor uns gespawnt. Ey, wie cool ist das denn, bitteschön. So, wir haben jetzt eben den mit einer Pistole abgeschossen. Ich würde mal sagen, diesmal... Wollen wir den mal verprügeln mit einem Baseballschläger? Komm, Leute, lasst mal den Lucky Block mit einem Baseballschläger zerhauen. Und wow! Und... Wow! Okay, irgendwie treffe ich nicht so gut. Pass auf, wir nehmen jetzt einfach mal ein schönes AK-Gewehr. So, und jetzt ziehen wir rauf, Leute, und... So, und, äh, einfach eine Pistole. Aber jetzt haben wir auch noch einen Stern bekommen, also die Pistole, Leute. Ich weiß nicht, ob die irgendwas Besonderes kann, aber ich glaube nicht, ne? Scheint mir den ganzen Maler hier so bewollbar zu sein. Ist ja relativ langweilig. Bevor wir jetzt diesen Lucky Block öffnen, wollen wir euch noch einmal ganz kurz sagen, dass wenn ihr in den ersten 60 Minuten kommentiert, dass ich dann euren Computer anzeigen werde, liken werde, oder auch noch herzlichen geben werde. Deswegen, Leute, kommt in den 60 Minuten gering, abonniert ein Glock-Aktiv, und habt ihr es nämlich leichter. Und habt ihr später sogar noch größere Blöcke bekommen. So, Leute, jetzt haben wir eben mit einer AK raufgeschossen. Jetzt haben wir aber halt diesen Revolver bekommen aus dem einen Lucky Block eben. Ich würde mal sagen, komm, wir schießen jetzt mal drauf. Mal gucken, was kann schon Schlimmes passieren. Und boom, kriegen wir jetzt einfach eine Minigun. Ich glaub's ja nicht, Leute. Wir kriegen ja hier noch Waffen. Ich dachte, dir passiert doch irgendwas. Ey, die wollen da vorne einfach Stress, okay? Kein Problem. Gut, dass ich jetzt eine Minigun bekommen hab. Und jetzt hab ich einfach einen Stern schon wieder. Oh, Mann, oh. Also, irgendwie hatten wir bis jetzt mit den Lucky Blocks noch nicht so wirklich Glück, Leute. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt mal hier richtig Power hervorbeschwören. Und wir drücken jetzt. Boom. Oh, was, Alter? Okay. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig großer Lucky Block. Ich denk mal, der ist jetzt dadurch gekommen, dass ihr geliked habt und geabonniert habt. Wahrscheinlich geabonniert habt, Leute. Ich meine natürlich abonniert. So. Aber wir schießen jetzt mal auf diesen Lucky Block mit unseren Minigun rauf, die wir da eben bekommen haben. Und boom. Ey, jetzt haben wir ja schon wieder eine neue Waffe. Ich dachte, da passiert noch irgendwas. Jetzt gib mir mal jemand was Gutes. Oh, hä? Lol, die ist einfach vom Himmel gekommen, Leute. Okay, warte mal. Wir sind hier nicht so auf dem größten Sicherheitsabstand. Aber, Leute. 1,5 Meter sollte reichen. Bäm. Fah. Ey, was? Wir haben jetzt hier einfach ein Boot bekommen. Na, super, ey. Hätte ich den Lucky Block mal im Wasser geöffnet. Das bringt mir dieses Boot halt auch überhaupt nichts. Aber vielleicht werden wir aber ein bisschen boosten. Yeah. Oh. Oh, mein Gott. Okay. Okay, warte mal. Ähm. Nein, nein, Leute. Das geht so nicht. Das ist ein Boot. Wir dürfen mit dem Boot einfach nicht fliegen. Ein Boot wäre aber einfach viel zu verrückt, Freunde. Deswegen, komm. Bäm. Einfach nochmal den Lucky Block diesmal gespawned. Und warum kommt der diesmal nicht vom Himmel? Warte mal. Pass auf. Ich möchte jetzt mal mit dem probieren. Komm. Was haben wir hier noch so am Start? Hm. Oh, eine Muskete. Okay. Und boom, du. Hä? Feuerwerk. Okay. Ein Feuerwerk aus dem Lucky Block. Yeah. Juhu. 2020. Das tollste Jahr in 2020. Das Feuerwerk sah ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus, Freunde. Aber ich möchte mal wissen, was passiert, wenn wir wieder diese Medium Box herbeschwören. Und ja. Okay. Also diese Medium Box, Leute. Die scheint schon echt groß zu sein. Bin mal gespannt, ob wir später auch nochmal eine größere Lucky Box haben. So. Aber. Lass uns jetzt mal hier mit einem MG raufschießen. Und buf. Buf, buf. Buf, buf. Oh. Oh, Leute. Ey. Warum hat das so lange gedauert? Was ist das denn jetzt hier für ein Fahrrad? Ist das denn ein Fahrrad? Yo. Yo. Das Fahrrad hat einfach Raketen. Hä? Äh. Leute. Ein. Wow. Ein Raketenfahrrad. Okay. Warte mal. Wie kann ich diese Raketen aktivieren? Wow. Okay. Geht das einfach nur so? Oder muss ich? Oh. Hilfe. Oh. Oh. Mein schönes Fahrrad, Leute. Nein. Ich muss mein Fahrrad hier mit allen Mitteln beschützen. Ich meine, es kann halt einfach boosten. So. Boost nochmal. Los, du blödes Fahrrad. Booste. Warum boostest du nicht? Oh. Wow. Okay. Es hat doch nochmal geboostet, Leute. Oh. 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 Nein, Leute. Dieses Fahrrad ist mir einfach viel zu gefährlich. Ich brauche jetzt eure ganze Kraft von euch, Leute. Ihr müsst jetzt alle Videos in Zukunft von mir liken und abonnieren, damit ich jetzt hier diese große Box beschüren kann. Oh. Okay. Ey, Herr Busfahrer. Weg von der Box. Die ist größer als sie. Was machen sie denn? Gehen sie doch jetzt hier von der Box weg. Und das Verrückte ist, Leute. Man sieht die sogar hier einfach auf der Karte. Guckt euch mal an, wie groß diese Box auf der Karte ist. Das ist nicht mehr normal. Und meine Karte leckt irgendwie voll. Was ist denn hier los, Leute? Aber diese Box, Leute. Wie schießen wir die jetzt am besten ab? Wie öffnen wir die jetzt am besten? Ich würde mal sagen, lieber Busfahrer, gehen sie jetzt mal bitte zur Seite. Genau. Der schafft es echt nicht, ne? Okay. Kein Problem. Gut. Wir haben jetzt, wir nutzen jetzt den Granatenwerfer, den wir eben durchbekommen haben. So. Lucky Block. Boom. Wow. Hä? Nein. Wir sind jetzt eine kleine wilde Katze. Haha. Ja. Jetzt werden wir alle Leute in Los Santos essen. Mh. Lecker Futter. Ja. Ey. Hör auf wegzulaufen. Lecker Futter hier. Ja. Mh. Mh. Das Problem ist, wie öffnen wir jetzt den Lucky Blocks, wenn wir gar keine Waffen mehr haben? Oder können wir jetzt hier auch eine Waffe? Ne. Warte mal. Hallo? Ey. Der macht ja richtige Dates. So viel Dänt. 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 Die Katze, die dänt. Einfach. Ey. Oh. Ey. Oh. Ey. Oh mein. Mann, was mache ich da eigentlich? Dieses Spiel, ey. Bitte, liebe Lucky Blocks, Götter, gib mir jetzt einfach eine Box, dass ich wieder normal werde. Also bitte. Jetzt kommen. Drei, zwei, eins und boom. Oh. Jawohl. Okay. Eine Medium Box haben wir jetzt bekommen. Okay. Kleine Mieze Katze. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz eine AK auswählen. So. Und drauf schießen. Bäh. Ja. Was habe ich mir gedacht? Eine Katze kann nicht schießen. Deswegen werden wir jetzt hier mal wieder ganz normal und jetzt auf den Lucky Block. Rauf. Auf mich rauf. Auf ihn rauf. Auf ihn rauf. Oh. Wow. Oh. Was? Oh mein Gott. Da kommt. Hilfe. Da kommen ganz viele Raketen rausgeschossen. Ja. Wow. Wir sind richtig knapp ausgewischt. Oh mein Gott, ey. Leute, ich habe jetzt wirklich richtig Respekt vor diesen ganzen Lucky Blocks. Ich werde jetzt hier nie wieder eine spawnen. Also jetzt mal ganz im. Oh nein. Okay, jetzt kommt einfach eine vom Himmel gefallen. Will ich sie öffnen? Ich weiß es nicht. Komm, wir nehmen jetzt eine Pistole. Boom. Nur ein Granatenwerfer. Alles entspannt. Also eben, Leute. Ich weiß, ich habe mit einem Granatenwerfer auf einen Lucky Block geschossen. Aber ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir jetzt einmal... Oh. Ey. Oh. Ich habe doch nur gepustet. Leute, ich habe doch nur ein bisschen gepustet. Erfüllen wir das jetzt? Ich meine, guckt euch mal dieses Riesen-Symbol auf der Karte an. Okay, pass auf. Wir nehmen jetzt diesmal eine Sniper. Aber ich würde mal sagen, hier eine Sniper, die so schießt. So, okay. Und Bäm. Und Bäm. Passiert ja gar nichts. Bäm, Bäm, Bäm. Hä? Äh. Ey. Da kommt einmal so eine kleine Babywaffe. Warte mal, was ist denn das für eine? Die hier, eine MP5. Vielleicht sollten wir mit der den nächsten Lucky Block abschießen. Weil vielleicht wieder der nächste Lucky Block nochmal viel, viel größer sein, Leute. Deswegen wollen wir... Oh, nö. Der ist ja sogar voll klein. Okay. Bäm. Ne, Raketenwerfer. Okay, warte mal. Pass mal auf. Wir werden jetzt nicht mehr kurz Las Santos mit dem Raketenwerfer abschießen. Bäm. Yeah. Und hier unten auch noch... Oh, Mist. Da ist Polizei, Leute. Oh mein Gott. Das ist... Die Lucky Blöcke, die verfolgen uns jetzt gerade einfach. Ich... Ich hau jetzt einfach dagegen. Ja. Ja. Gegentreten. Nochmal gegentreten. Ja. Komm, wir verprügen jetzt einfach die Lucky Blöcke. Dann kommen die auch nie wieder. Aber... Ey. Ey. Schon wieder Hilfe im Feuerwerk. Schon wieder. Ey. Ey. Das ist doch gar nicht cool. Hier schon wieder irgendwie so ein Feuerwerk. Also ich bin auch mal gespannt, ob es nachher auch noch irgendwie so Lucky Blöcke oder so regnen wird, wenn hier schon die ganze Zeit Feuerwerke kommen. Voll... Ah. Feuerwerk. Ah. Oh yeah. Ein bisschen BMX fahren im Park. Das schadet doch gar keinem. Yeah. 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 Oh mein Gott. Wir sind hier schon wieder fast aus der Halfpipe rausgeflogen, Freunde. Und jetzt rückwärts. Oh nein. Lol. Noch so ein riesen Lucky Block. Das ist diesmal eine Nummer größer, ne? Bam. Mal gegen treten hier. Du doofes Lucky Block. Hau ab hier. Ich möchte dich nie wieder sehen. Warte mal. Vielleicht ist es einfach zu groß. Lassen wir mal das ganz riesen Ding hier mit der RPG abschießen, die wir bekommen haben. So. Also du hier links. Da steht so komisch. Nur weil es da jetzt so ein riesen Lucky Block auf deiner Halfpipe steht. Kein Problem für mich. Bam. Wow. Okay. Wir haben auf jeden Fall halt schon mal ein bisschen Munizum verschwendet. Deswegen haben wir jetzt hier einfach nochmal alle Waffen. Einfach mal alles einsammeln. Jam, 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 jam. Alle Waffen essen. Alle Waffen essen. Aber wisst ihr, was das Coolste ist? Einfach auf so einem BMX Park. Man kann hier einfach ungestört rumfahren, wie man möchte. Hier hat so ein bisschen Bam, 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 Bam. Und ey, Lucky Blöcke? Hier soll... Warte mal. Hier ist ein Lucky Block schon wieder. Das macht das... Wow. 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 Oho. Nein. Äh. Äh. Das war doch nicht mit Absicht, Leute. Ich wollte doch einfach nicht die... Ich kann das mal aufhören, diese ganzen riesen Lucky Blöcke zu verfolgen. Und Boots. Oh nein. Warte mal. Wir haben schon wieder hier so ein cooles Fahrrad. Das finde ich doch ganz cool. Das hatten wir doch vorhin auch schon. Das mit diesen Raketenboost. Na ja. Und jetzt sind wir perfekt an dem Skatepark, um jetzt hier das Fahrrad zu benutzen. Yeah. Los, Raketenboost. Starte. Wow. Wow. Ey. Aufhören. Ey. Ich werde sonst... Äh. Hilfe. Ich werde sonst sogar vom Fahrrad runterfallen. Wow. Nein. Aua. Vielleicht sollten wir mit dem Fahrrad mal Anlauf nehmen und dann zu so einer Hafer hinfahren, damit halt dieser Raketenboost die ganze Zeit... Nein. Ich gehe einfach nie wieder auf dieses Fahrrad rauf, Leute. Das, äh. Mach ich nie wieder. Nein. Jetzt regt ihr das auch noch in Los Santos, ey. Ich glaub's doch nicht, Leute. Was willst du denn machen bei diesem richtig doofen Regen und... Ey. Wow. Wow, wow, wow. Hey. Hey. Aufhören. Aufhören. Ey. Aufhören. Hilfe. Ey. Es regnet Lucky Blöcke. Leute. Es regnen auch noch Lucky Blöcke. Was? Stopp jetzt. Aufhören. Stopp das. Stopp. Aufhören. Nein. Leute. Von da oben kommen einfach Lucky Blöcke vom Himmel. Was geht denn jetzt hier ab? Aufhören. Oh mein Gott. Nein. Wir werden gleich locker noch erschlagen. Hört auf mit dem Regen. Oh mein Gott, Leute. Ich muss die alle öffnen. Hört auf jetzt. Ich möchte nicht mal, dass es regnet, Leute. Hört auf damit jetzt. Bitte. Wir geben uns hier mal auf eine sichere Höhe. So. Also hier ist auf jeden Fall gerade Chaos in Los Santos. Hier sind einfach... Keine Ahnung, wie viele Lucky Blöcke. Da vorne ist auch noch mal eins auf dem Dach. So. Komm. Hier. Schießen da jetzt mal gegen. Ich glaub, das war einfach nur eine ganz normale Waffe. So. Was ist denn hier so drin? Hier in der großen Lucky Block. Gut. Nein. Die Raketen. Die Raketen. Lauft. Oh. 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 Wow. Okay. Warte mal. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt riskant und schießen mit dem Granatenwerfer da unten hin. Und... Oh. Ich bin Michael. Hey. Und da unten ist einfach ein BMX mit Raketen dran. Äh. Michael. Auch cool, dich mal zu sehen. Kein Problem, Michael. Wir können gerne hier ein paar Lucky Blöcke jetzt zusammen öffnen. Bäm. Woh. Nein. Warte mal. Wo ist der Panzer hin? Der sah doch so cool aus. Okay. Warte mal. Wir schießen mal hier ein bisschen rum. Hier. Das haben die jetzt nicht gemacht, oder? Jetzt bin ich einfach eine Kuh. Die Kuh? Keiner als Angriff. Nur Moon. Leute. Tut mir den Gefallen und drückt jetzt auf den Abo-Button, damit ich wieder normal bin. Und zwar in 3, 2, 1. Und... Yeah. Oh. Ey. Eine Kuh zu sein, fand ich echt nicht toll, Leute. Das fand ich echt nicht toll. Und jetzt haben wir hier noch ganz, ganz viele Lucky Blöcke. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt Randale. Ja. Wir benutzen jetzt hier die Raygun. Und... Bäm. Oh. Nachladen. Nachladen. Und... Bäm. Bäm. Hey. Was ist das für ein gutes Auto? Bäm. Okay. Warte mal. Pass auf. Hallo. Cooles Auto. Kannst du irgendwas besonderes? Bist du irgendwie besonders oder so? Hast du irgendwas am Start? Guck mal, was für dünne Autoreifen dieses Auto hat. Na guck mal, wir können über die Lucky Blöcke sogar rüberfahren. Was ist, wenn man... Was ist das denn für ein komischer Aus auf der anderen Seite? Wow. Okay. Nein. Ich steig nicht mehr in irgendwas ein, was da vom Lucky Block rauskam. Ha ha ha. Mini Gun. Nein, doch nicht. Raketen. Raketen. Lauf, 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 lauf. Oh. So. Mini Gun. Miau. Miau. Ey, du da. Gib mir deinen LKW. Äh, ich meinte. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau. Ha ha, Digga. Einfach ein LKW genutzt als Katze. Yeah. Und, wow, rampage. Ha ha ha. Okay, warte mal. Wir haben noch ein paar Lucky Blöcke vor uns. Kannst du vielleicht mit einer Waffe schießen, liebe Katze? Kannst du das? Äh, schieß mal jetzt. Schieß. Schieß. Da die liebe Katze ja leider nicht schießen möchte, müssen wir jetzt ja wohl wieder Brock sein. Deswegen hier ein bisschen die Lucky Blöcke öffnen. So, aus dem Weg. Und was ist das denn da für ein Schneemobil? So, hier. Den auch noch aufmachen. Zack, hier noch ein paar Waffen. Aus dem Weg hier. Oh, wieder Feuerwerk. Oh nein. Jetzt sind wir einfach ein Schwein. Schnell hier, Auto klauen. Aufmachen. Ha ha. Also, ich würde ja sagen, diese Frau hier hat bei diesem Lucky Block Regen nichts durch Schwein gehabt. Spider Schwein. Spider Schwein. Macht das, was ein. Spider Schwein macht. Oh, hey. Ich bin jetzt Franklin. Wo kommst du denn jetzt her? Alles klar. Also, Franklin. Ich wusste schon immer im Inneren, dass du immer ein Schweinehund im Inneren hast. Aber kein Problem. So, wir werden jetzt hier ein paar Lucky Blöcke öffnen. Und zwar, bam. Hä? RPG, ist alles gut bei dir? So, warte mal. Hier oben haben wir auch noch einen, ne? Zack, hier. Nein. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ey, diese Raketen sind echt gefährlich, Leute, ne? Die sind echt gefährlich. So, hier, zack. Ha. Eine Gondel. So, da unten. Was macht die da unten? Neben dem Lucky Block. Hier, viel Spaß mit dem Lucky Block. Ich brauche eine schnellere Waffe, Leute. Ich brauche jetzt hier eine richtig, richtig schnelle Waffe, die ordentlich Wumms hat, aber auch gut schießen kann. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier schön dieses Gewehr hier. Leute, schön dieses Gewehr. Bam, 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 bam. Bam, 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 nein. Nein. Ich weiß, ich habe zwar einen Affenskin, aber ich würde hier jetzt kein Affe sein. So, warte mal. Yeah. Säureregen? Das war ja einfach Säureregen. Also, das war auf jeden Fall ein bisschen Spaß mit Lucky Box, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, verbringt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button, Freunde. Checkt eins von diesen beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken und checkt unbedingt meinen Roblox-Kanal aus. Da kommen nämlich täglich Roblox-Folgen. Leute, klick rauf. Los. Los. Los.